Wirtschaftsminister Robert Habeck bekommt eine Auszeichnung von seinem eigenen Bruder. Und zugleich gibt es auch noch Neuigkeiten über das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Und ja, surprise, surprise, es wird steigen. Man beweihräuchert sich wieder mal nur selbst. Darüber sprechen wir heute in diesem Video. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Wir sehen es einmal hier auf dem Bild. Habeck bekommt Preis von seinem Bruder. Tolle Arbeit. Gut gemacht, wurde hier noch gesagt. Und einige von euch haben das mitbekommen, weil ich das vor zwei Wochen circa in einem Video mal drin hatte. Es hat ja die Hannover Messe stattgefunden. Und da sehen wir jetzt beispielsweise hier nochmal einen Bericht darüber vom NDR. 130.000 Menschen besuchten Hannover Messe 2023. Und wenn man sich das anguckt, ist das ein ganz, ganz trauriges Ergebnis. Wir sehen nämlich die Entwicklung der Besucherzahlen auf dieser Hannover Messe, wo alles Mögliche aus dem Industriebereich und so weiter ausgestellt wird. Und dann sehen wir nämlich hier 2019 und klar 2020, 2021 hat nichts stattgefunden. Und einige von euch wissen, dass ich als Unternehmensberater habe auch Messeberatung eine Zeit lang gemacht. Und da ist 2021 wirklich absolut nichts stattgefunden. Ich habe 2020 einen fünfstelligen Umsatzverlust als Selbstständiger aushalten müssen, habe teilweise meine Privatsachen verkaufen müssen, etc. pp. 2020 war wirklich auch für mich ein sehr hartes Jahr. Und dann sehen wir nämlich hier, wie hoch die Besucherzahlen normalerweise waren. Ich sage jetzt mal Pima und Daumen, waren die hier irgendwas um die 200.000. 22 hat es dann wieder stattgefunden, dann waren es gerade mal 90.000. Und 23 waren es dann die besagten 130.000. Und was sagt uns das? Die Firmen haben gemerkt, wir brauchen ja nicht unbedingt eine Messe. Und wir haben auch gar nicht die finanziellen Kapazitäten. Vielleicht haben wir auch gar nicht mehr die Anzahl an Mitarbeiter, wie noch vor 2020 im Unternehmen, die auf eine Messe gehen können, die wir auch im Tagesgeschäft jetzt entbehren können. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das sich hier auftut, Leute. Und das ist noch ein Ding, was jahrelang nachheilen wird. Zurück zu kommen auf die berechtigte Auszeichnung für Robert Habeck. Die hat er, wie gesagt, bekommen von seinem jüngeren Bruder Hinrich Habeck, so heißt der Herr. Und die BILD hat auch darüber berichtet, dass er hier diese tolle, pinke Trophäe überreicht bekommen hat. Und wer ist denn eigentlich Hinrich Habeck? Der jüngere Bruder des Ministerstudies hier steht, studierte wie auch Habeck Philosophie, dazu auch Biologie, seine Doktorarbeit schrieb er über Entwicklungsbiologie. Zuletzt arbeitete Hinrich Habeck für Life Science Nord, Branchennetzwerk zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und so weiter. Und was hat es mit diesem Preis hier genau auf sich, auf dem Fuß steht, in Englisch, tolle Arbeit, gut gemacht. Und die sei ihm überreicht worden, hier, das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken, weil Robert Habeck sich unermüdlich für Klimaschutz, erneuerbare Energien und für seine Heimat Schleswig-Holstein einsetze. Und dazu ist mir dies hier eingefallen. 15 Millionen Tonnen mehr CO2 durch Abschaltung der AKWs. Diese Studie kommt von Prof. Dr. Andreas Tess, den habe ich ja das eine oder andere Mal schon zitiert in diesem Kanal hier. Und es ist nur berechtigt, wenn nämlich jetzt hier beim Deutschlandfunk das Ganze wiedergegeben wird und heißt, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Wegfall der Kernenergie kurzfristig durch stärkere Kohleverstromung und mehr Strom aus Gaskraftwerken kompensiert wird. Hat er absolut recht. Und in Zahlen muss man sich das wirklich mal überlegen. Der Artikel ist schon ein paar Wochen alt. Das Thema hat ja sowieso keiner mehr auf dem Schirm. Der Strom fließt ja. Die Steckdosen sind ja gefüllt. Es ist ja genug Strom für alle da. Wo der Strom aber herkommt, das gucken wir uns gleich nochmal an. Denn, hier heißt es nämlich, wird das Weltklima eine Studie zur Folge mit 15 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich belastet. Und jährlich. Richtig, Leute. Das muss man sich mal reinziehen. Aber Robert Habeck bekommt eine Auszeichnung für seine Vorgehensweise. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Und dementsprechend, wir machen das ja ab und zu hier im Kanal. Wir sehen jetzt gerade, Deutschland ist. Ja, wir haben so ein bisschen Sonnenschein. Da kann jetzt schon ein bisschen Solarenergie gerade entstehen. Ja, das funktioniert. Aber wir sind trotzdem bei einem Abdruck von 299 Gramm CO2. Und wenn man im Vergleich dazu gucke ich immer ganz gerne auf unseren direkten Nachbarn Frankreich schauen, sind die einfach mal deutlich besser mit 47 Gramm. Und woran liegt das einfach? Natürlich, sie haben massiv Kernenergie. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Wir sehen es nämlich hier oben in der ersten Zeile direkt stehen mit 62,87 Prozent. 60 Prozent ist das einfach ein genialer Wert. Und wenn wir uns das Ganze dann nämlich in Deutschland angucken, sehen wir, dass wir keine Kernenergie mehr hier oben haben. Und gerade im Fokus natürlich hier 47 Prozent aus Solarenergie beziehen. Wenn man das Ganze, und das ist wirklich toll gemacht bei dieser Seite hier, das geht dann nämlich über diesen Button oder Schieberegler hier unten, dann sehen wir nämlich, wenn die Sonne nicht scheint, wie die Realität dann in Deutschland nämlich aussieht. Dann sehen wir nämlich, dass es nachts doch sehr, sehr schwierig ist mit unserem CO2-Abdruck, um es mal so nett zu formulieren, dass es nachts natürlich nicht klappen kann. Und dass wir beispielsweise sehr, sehr viel Kohlestrom aus Polen importieren. Dass wir auch Kernenergie und Kohleenergie aus Tschechien hier beispielsweise massiv importieren. Dass wir selbiges auch tun aus den Niederlanden beispielsweise. Aus Erstgas, Kohle und teilweise auch aus Biomasse. Also das ist halt schon die Realität. Das sollte man sich wirklich immer wieder vor Augen führen und auch im Bekanntenkreis mal darüber diskutieren, oder? Ich komme aus dem Kopfschütteln bei dem Herrn Habeck wirklich nicht mehr raus. Und wir versuchen es wirklich ganz rational zu machen. Die Bundesregierung hebt die Wachstumsprognose für 2023 an. Ja, und wer jetzt denkt, ja, super, das funktioniert. Wir gehen einen richtigen Weg in Deutschland. Nee, den muss ich leider enttäuschen. Wir machen das absolute Gegenteil. Vielleicht hält der Robert Habeck diese Grafik auch nur falsch rum. Nicht um 360, sondern um 180 Grad. Würden böse Zungen munkeln. Denn das, was da gezeigt wird, ist Quatsch. Und auch wenn es richtig wäre, in Relation ist es lachhaft. Denn, hier geht es darum, für den Herbst rechnet sie mit, also die Regierung, mit einem Wachstum von 0,4 Prozent optimistischer als führende Wirtschaftsinstitute. Und ich wette, damit werden sie falsch liegen. Und wir haben ja jetzt eine Zirka-Inflation, 8, irgendwas Prozent. 8,4, 8,6, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, sie interessiert mich auch nicht mehr. Insofern, die Offizielle. Mich interessiert das, was ich persönlich ausgebe. Und da sehe ich eine Inflation im hohen zweistelligen Bereich. Die mag bei 20 Prozent je nach Produkt liegen. Die liegt teilweise aber auch bei 50 Prozent. Gibt es zahlreiche Produkte und teilweise auch darüber. Und dementsprechend, wenn man jetzt von einem Wachstum von 0,4 Prozent ausgeht, aber auf der anderen Seite eine Inflation von 8, irgendwas Prozent hat, ja, dann müsste man jetzt Subtraktion beherrschen, um zu verstehen, dass das immer noch ein ganz, ganz schlechter Wert ist. Aber es soll natürlich die Inflation auch abflachen, wie es heißt. Also alles ist gut. Die besten Experten dieses Landes haben das Land voll unter Kontrolle. Super. Wir können beruhigt sein, Freunde. Denn nochmal rational. Überlegt euch doch mal. Man geht also hin. Man schaltet jetzt AKWs ab. Also verknappt das Angebot von Strom. So, zugleich haben wir noch mehr Stromverbraucher jetzt schon als vor ein paar Wochen. Warum? Weil ja über Fördermittel immer noch Wärmepumpen und alles Mögliche halt gefördert wird. Zugleich kommen jetzt noch mehr Verbraucher ins Netz durch weitere Wärmepumpen, durch weitere Förderung von Elektroautos, durch andere elektrische Geräte etc. pp. Was ist die Folge daraus? Wir haben erhöhte Nachfrage bei weniger Angebot. Was passiert dadurch? Und dadurch, logischerweise, der Preis wird steigen für Strom. Ganz großartig. Und ihr glaubt doch nicht, dass dann die Inflation zurückgeht. Das ist doch absoluter Unsinn. Ich glaube ganz ehrlich, der Robert Habeck hat genauso viel Ahnung wie Wirtschaft, wie ich vom Schreiben von Kinderbüchern. Und interessant finde ich dann auch nochmal einen internationalen Vergleich, wie die Prognosen in anderen Ländern aussehen. Und jetzt sind wir hier beispielsweise einmal in Italien. Und Italien erwartet für 2023 0,65% Wachstum. Und wir gucken auch noch nach Frankreich. Die erwarten für 2023 0,7%. Und offensichtlich, Robert Habeck ist also stolz auf 0,4%. Wobei Italien 0,65% erwartet und Frankreich 0,7%. Ich glaube, das sollte uns wirklich allen zu denken geben, was für Ansprüche dieser Mann an unsere Wirtschaft überhaupt hat. Da kannst du mir doch nicht mehr erzählen, dass es in seinem Sinne ist, dass wir uns hier weiterentwickeln, dass wir noch mehr produzieren, dass wir noch besser uns entwickeln und weitere Forschungen machen etc. Nein, es läuft hier komplett gegenteilig, habe ich das Gefühl. Deindustrialisierung, das ist das, was gewünscht ist. Last but not least, dazu ebenfalls noch passend und interessant ist, Reallöhne in Deutschland sanken 2022 stärker als angenommen. Ach, surprise, surprise. Überrascht das jetzt den einen oder anderen. Zwar stiegen die Nominallöhne um 2,6%, doch der Anstieg der Verbraucherpreise lag deutlich höher, heißt es hier. Und dann heißt es weiterhin, Grund war der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise von 6,9%. Und nochmal, ich kenne niemanden, der Inflation von 6,9% hat. Also bei mir nochmal, gerade wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, 20, 30, teilweise 50 oder gar mehr Prozent. Es ist doch unfassbar, was uns hier wieder mal versucht wird, auf den Tisch zu knallen. Und ich weiß, der eine oder andere ist im Bürgergeld von euch, aber dennoch muss man hier kritisch sein, weil ich bin Steuerzahler, wie viele, die Mehrheit von euch, von den Zuschauern ebenfalls. Und es kann doch nicht sein, dass die Bürgergeldempfänger einen Inflationsausgleich erhalten, wie auch Beamte beispielsweise, dauerhaft. Der Arbeitnehmer aber nicht. Also ich zum Beispiel kann von mir leider nicht sagen, dass ich jetzt meinen Kunden hier eine 10-prozentige oder von mir aus eine 8-prozentige Inflation auf meine Rechnungen draufschreibe. Die würden mir einen Vogel zeigen. Ich würde sogar Gefahr laufen, dass die mir die Aufträge gar nicht mehr abnehmen. Und das ist die Realität, Leute. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne, das war eigentlich auch schon das Fazit, verbunden jetzt gerade bei der letzten Nachricht, denn es geht weiter bergab. Die Digitalisierung läuft auf Hochtouren. Man feiert sich dafür, wird gefeiert, wird natürlich mit Orden und Preisen ausgezeichnet. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Schreibt eure Meinung unten rein. Wie soll das Ganze weitergehen und enden? Daumen hoch, wenn es dir das Video gefallen hat. Unbedingt ein Abo da lassen. Bis zum nächsten und ciao.